Gesundheit des Geistes Einstmals weilte der Erhabene bei den Baggern in Sum Sumaragiri. Da nun begab sich Nakulapita zum Erhabenen und ließ sich neben ihm nieder. Indem er so neben ihm saß, sprach Nakulapita, der Haushaber, folgendermaßen zum Erhabenen. Ich, o Herr, bin verfallen, bejahrt, betagt, gealtert, kreis, mit dem Leben fertig, kranken Körpers, schwer leidend. Nicht ständig ansichtig bin ich, o Herr des Erhabenen und seiner verehrungswürdigen Mönche. Unterweisen möge mich, o Herr der Erhabene. Belehren möge mich, o Herr der Erhabene, sodass es mir für lange Zeit zum Wohle und Heile gereiche. So ist es. Krank ist dir der Körper, alt geworden, sieh ich. Wer da mit diesem Körper sich befassend auch nur für einen Moment ihn als krankheitsfrei ansehe, was wäre das anders als kindisch? Daher hast du dich so zu üben. Wenn ich auch krank am Leib bin, der Geist wird nicht krank sein. So hast du dich zu üben. Und Nakulapita, der Haushaber, vom Wort des Erhabenen erfreut und befriedigt, erhob sich. Geist wird nicht krank, erhob sich. Geist wird nicht krank, erhob sich, wenn du dich überrasst. Sein wird coו� overlegt, erhob sich für diesighung. Geist wird nicht krank, erhob sich. Geist wird einen Armato-Astig, darf ich 들어오isen. Saudangan sagte, ein Tiergeist wird nur so alt, der ein Haus hüter stog und befestigt sich. Untertitelung des ZDF, 2020